Vales hat sich zum Auftakt der Nations League eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet Der Mannschaft von Trainer Ryan Geeks gelang in Gruppe B4 ein 4 zu 1, 3 zu 0 Sieg gegen Irland Tom Lorenz, 6er, Superstar Gerris B, 18er, und Aaron Ramsey, 37er, sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung, später lag de Conor Roberts beim ersten Pflichtspiel-Sieg von Vales gegen Irland überhaupt den vierten Treffer, 56 Nach Sean Williams, 66, gelang zumindest noch der Anschlusstreffer für die Iren Im ersten Spiel der Gruppe B1 gewann die Ukraine dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2 zu 1, 1 zu 1, in Tschechien Evgeny Konoplyanka, 45.1, vom FC Schalke 04 erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste, nachdem das Spiel wegen eines Flutlichtausfalls eine Viertelstunde später angepfiffen werden musste In der Gruppe C3 gewann Norwegen gegen колuznen K4 K4 K2